Hallo Klicksum, hallo Kraftklub. Meine Frage an euch wäre, wie seid ihr auf die Ideen mit dem Bodypainting beim Bundesvision Song Contest gekommen? Und wie fühlt sich so eine Komplettrasur an? Und dann noch eine Frage an Felix. Als Bassboy hast du gerappt, dass du Prinz P hast. Jetzt bist du ja auf dem Remix von Auf und Davon, von der Casper Single, mit ihm zusammen drauf. Wie ist denn da das Verhältnis aktuell? So, das waren meine Fragen. Ich hoffe, ich kriege eine Antwort und ich freue mich auf die Tour. Bis dann. Ciao.